Hey, warte, ich komm gerade fett an das Wasser an. Hast du nichts gemerkt, Tom? Junge, Alter. Bist du dumm? Morgen Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist richtig windig heute. Ich hoffe, ihr könnt uns einigermaßen verstehen. Ich bin unterwegs mit Fabi. Den seht ihr ja da. Und natürlich mit Daniel. Moin. Wir versuchen jetzt hier im Flachwasser Hechtbarsch, Zander, was auch immer. Daniel, was fischst du denn jetzt? Hechtgranate. Hechtgranate. Weil das Wasser relativ trübe ist. Wir brauchen Köder mit Druck. Und beste Köder. Falls es zu windig ist, sag ich es nochmal. Das ist die Hechtgranate von Hybrida. Weil das Wasser ist echt trübe hier. Und ja, mit dem Spinnerblatt hinten, ich denke mal, das wird vielleicht den ein oder anderen Fisch reizen. Ja Freunde, ich fisch ein Shatterbait. Toastage Valley Lures vor. Und der Wind ist ziemlich doll. Ich werde jetzt erstmal fischen. Und ich hoffe, wir fangen auch Fisch. Sündet. Bäm. Der erste Fisch. Hat jetzt 10 Minuten gedauert. Und wie gesagt, auf die Granate. Kauft euch das an. Riesenschädel. Yes. Freunde, Hechtgranate rangemacht. Läuft sofort. Schöner Pike hier im Flachwasser. Aber eigentlich bin ich nach einem Zeti aus. Zeti in der Größe, den will ich jetzt haben. Also weiter geht's. Das ist auch sehr stabil. Auswerfen und gut hinlegen. Jetzt ist er in der Zeit gesunken. Hast dich getimed, meinst du? Ja, jetzt gehe ich hier gleich ran. Und der lag ja da unten und hat sich ein bisschen noch bewegt. Und da hat er jetzt einen angelockt. Und deswegen fange ich jetzt mit dem, wo viel Fisch. Logisch, ne? Logisch, ne? Sag doch hier mit dem, wo. Und dann hab ich's gesagt, dann hab ich's gesagt. Oh, Barschen, Barschen. Scheiße. Verdammte Scheiße. Mein neuer PB? Ne. Was ist das? 40. 40? Ja, eben gerade geiles Talk bekommen. Ich habe eigentlich mit dem Zander oder mit dem Hecht gerechnet. Aber in dem Fall freue ich mich auch über so ein 40er Barsch. Wir haben ihn gerade gemessen. Ja, genau 40. Mega. Wir haben einen richtig schönen Seti jetzt hier. die Kante runtergejickt. Ich habe einen kleinen Köder von Westin dran. Und ihr seht ja, den hat er gut weggenagelt. Schöner Biss gewesen. So kann's jetzt weitergehen. Wir haben die Zettis gefunden. Soll ich deine Rute nehmen? Ja, kommst du mit beiden. Zeig, komm mal. Ey, warte. Warte, ich komm gerade mit der Zander. Hast du nichts gemerkt, Tom? Junge, Alter. Bist du dumm? Leute, ich hatte die Rute noch. Der muss genau in den Moment reingescheppert sein. Ja, manchmal scheppert die aber nicht rein. Das war ja gerade wieder lustig. Ich habe gerade noch mal die GoPro ein bisschen installiert. Tom hat meine Rute genommen. Ich nehme meine Rute zurück in die Hand. Und das Ding hängt. Und Tom hat nichts gemerkt. Ja, in dem Sinne. Schöner Zetti. Was mag der haben? Ja, 40, 50. So in dem Dreh. Ich freue mich. Ja, und das Schöne ist, der darf jetzt auch gleich wieder schwimmen. Ja. Das wird hier immer lustiger. Also nach Marsch und Hecht und Zander haben wir jetzt noch so eine Koksplötze hier. Auch die gibt es hier in Holland, ne? Wieder Marschbaron. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.